Ein Freund von mir hat mir einen Spielervermittler gegeben, ich habe sehr viele Kontakte drüben und auf einmal hat er gesagt, dieser Spieler ist wahrscheinlich auf dem Markt und dann habe ich in Mannhofen gesprochen, ich habe den Spielervermittler gesprochen und er ist aus meiner Heimat und ein guter Freund von mir ist ein Head Scout in Ottawa und er hat mit ihm gesprochen und gesagt, hey, dieses Angebot ist nicht schlecht, es ist eine schöne Stadt und Dave ist aus Ottawa, vielleicht bist du interessiert, aber er hat immer noch nicht unterschrieben, er ist unterwegs und er kommt rüber, wir müssen einen Vertrag machen mit ihm und es schaut gut aus wenigstens, aber offiziell ist er immer noch nicht ein Ding. Wir sind Oberleger, das muss jeder verstehen, der Nummer eins hat Privatsponsoren, hat uns geholfen, das zu finanzieren und Nummer zwei ist die jungen Spieler, Sie haben hier wahrscheinlich 15 Leute unter 20, so das ist ein NHL Spieler, der sitzt in unserer Kabine, macht ein bisschen Spaß mit uns und wird am meisten trainieren mit uns, das ist ein Erlebnis, das niemand wird hier haben, das wird es nie wieder haben in der Eishockey-Karriere wahrscheinlich und ich meine, das ist ein Einmalerlebnis für mich, für die Zuschauer, aber eine interessante Sache. Leider hat niemand eine Antwort, jemand hat gesagt, das kann bis Weihnachten dauern, das kann länger dauern, wir wissen immer noch nicht, er weiß auch nicht, der Spieler für mich weiß auch nicht, ich glaube beide Seiten sind ein bisschen stur jetzt auch, wir sind froh, dass er sagt, ja, für 30 Tage, und dann muss man nachher schauen, ob er länger bleibt, wenn der Streik ist, wenn der Streik hört auf, dann muss der Leider sofort gehen, das wird auch nicht so gut für uns, aber mindestens, ich sage, das ist gut für 30 Tage, haben wir ihm, hoffentlich Sieger, und es wird ein bisschen Spaß für alle.